Vor etwas mehr als einem Jahr haben wir uns mit einem mysteriösen Bauelement beschäftigt, mit der Tunneldiode. Ihr besonderes Merkmal ist, dass unter bestimmten Bedingungen ihr Widerstand negativ wird. Verantwortlich ist dafür der quantenmechanische Tunneleffekt. Ich habe zwar versucht, den beim letzten Mal zu erklären, aber mit unserem normalen physikalischen Verständnis lässt er sich nur schwer erfassen. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, eine fallende Stromspannenskernlinie und damit einen negativen differenziellen Widerstand zu erzeugen. Zum Beispiel mit der sogenannten Lambda-Diode. Deshalb habe ich damit ein wenig rumexperimentiert. Herzlich willkommen auf Technik selbst erlebt. Lambda-Dioden gab es mal als fertig konfektioniertes Bauelement. Beispielsweise die MA522 von Panasonic. Auch wenn sie so heißt, ist es eigentlich keine klassische Diode, sondern die Zusammenschaltung von zwei Transistoren, wobei dann nur zwei Anschlüsse herausgeführt werden. Üblicherweise nimmt man zwei komplementäre Sperrschicht-Feldeffekt-Transistoren, also einen N-Kanal- und einen P-Kanal-Typ. Der Name der Lambda-Diode kommt daher, weil der Verlauf der Stromspannungskennlinie aussieht wie der griechische Buchstabe Lambda. Einen ähnlichen Verlauf hatte ja auch die Kennlinie der Tunnel-Diode. Erinnern wir uns nochmal daran. Entscheidend ist dieser abfallende Abschnitt der Kennlinie. Probieren wir doch einfach mal aus, ob wir das mit zwei Transistoren hinbekommen. Das digitale Gerät zeigt die Spannung über der Diode und das analoge den Strom. Zunächst steigt mit der Spannung auch der Strom an. Er erreicht ein Maximum und beginnt dann wirklich wieder zu sinken. Ich will mal versuchen, die Kennlinie aufzunehmen, auch wenn es bei dem Versuchsaufbau nicht sehr genau werden wird. Das ist das Ergebnis. Nicht besonders schön, aber man kann sehen, worum es geht. Im Vergleich zur Tunnel-Diode gibt es zwei auffällige Unterschiede. Zum einen liegt das Maximum der Kurve bei etwa 2 bis 3 Volt. Bei der Tunnel-Diode lag der Scheitelpunkt bei etwa 0,1 Volt. Und bei der Lambda-Diode geht der Strom wieder ganz auf 0 zurück, während er bei der Tunnel-Diode beim Erreichen der normalen Schwellspannung der Diode wieder ansteigt. Wie funktioniert denn das Ganze nun? Sperrschicht-Feld-Effekt-Transistoren sind ja selbstleitend. Beide Kanäle sind also zunächst mal offen. Darum steigt der Strom mit der Spannung auch ganz normal an. Mit dem Strom erhöht sich auch der Spannungsabfall über den Transistoren. Denn die Stromkanäle haben natürlich einen Widerstand. Der Gate-Anschluss des N-Kanal-Typs wird jetzt gegenüber seinem Source-Anschluss immer negativer. Und das Gate des P-Kanal-Typs immer positiver. Dadurch werden die Transistoren jetzt zugesteuert und immer weniger leitend. Der Stromanstieg verlangsamt sich und ab einem bestimmten Punkt kippt der Verlauf, bis die Transistoren komplett gesperrt sind. Was kann man damit nun anfangen? Na im Prinzip das gleiche wie mit der Tunnel-Diode. Wir könnten einen Schwingkreis entdämpfen und damit einen einfachen Oszillator bauen. Ja, wer will, kann sich dazu auch nochmal das Video zur Tunnel-Diode ansehen. Der Aufbau ist denkbar einfach. Ein Schwingkreis und die Lambda-Diode. Mit dem Potentiometer wird die Spannung über der Diode und damit der Arbeitspunkt eingestellt. Sobald der Scheitelpunkt der Spannung überschritten ist, setzt die Schwingung ein. Mit den gewählten Werten liegt die Frequenz bei etwa 600 Kilohertz. Der zweite Versuch mit einem Kondensator, der nur noch halb so groß ist. Und die Schwingfrequenz liegt bei etwa 800 Kilohertz. Und mit 180 Pico-Fahrrad sind wir dann schon bei 1,12 Megahertz. Im Datenblatt der MA522 finden sich auch ein paar Applikationen. Das sind Batteriewächter-Schaltungen. Interessant sind die beiden unteren, weil sie auch die Tatsache nutzen, dass durch die kippende Kennlinie Oszillationen erzeugt werden können. Im Normalzustand ist die LED aus. Wenn die Batteriespannung kritisch wird, soll sie dann offenbar blinken, also on, off. Und wenn die Spannung zu niedrig geworden ist, leuchtet sie ständig. Wenn man die LED an der gestrichelten Position einbaut, klärt sich die Logik um. Normal leuchtet sie ständig und wenn sie aus ist, ist die Batterie zu stark entladen. Und natürlich habe ich auch das ausprobiert. Zunächst ist mal alles in Ordnung. Wenn die Spannung sinkt, beginnt die LED zu blinken. Und jetzt ist die Spannung zu niedrig. Ja, das sollte euch wieder Gelegenheit geben, einiges selbst auszuprobieren. Interessant finde ich die Möglichkeit, mit nur vier Bauelementen, Spule, Kondensator und zwei Transistoren, einen Oszillator zu bauen. Und auch für einen Spannungswächter braucht man nicht unbedingt einen Mikroprozessor. Einen Unterschied zur Tunneldiode gibt es aber doch noch. Mit der Lambda-Diode sind Oszillatoren im Megahertz-Bereich möglich. Aber so hohe Frequenzen wie bei der Tunneldiode, bis zu 100 Gigahertz, kann man so nicht erreichen. Vielleicht versucht ja mal jemand, die Grenzen auszureizen. Er kann das dann ja in die Kommentare schreiben. Viel Spaß beim selber experimentieren. Bis demnächst. Bis zum nächsten Mal.